Habe ich auch schon mal, wo ich die lange Zeit konnte, aber ich habe mich nachts hingelegt, ich habe mich nachts hingelegt, das war mal, ich habe mich hingelegt, wenn ich müde war, habe ich mich hingelegt, fertig, ich hatte eh Zeit. Ich wusste es, ich habe es so geahnt. Scheiße. Der dritte Lolli hat mich runtergekickt. Der letzte hat mich fast erwischt. Drei, vier, fünf, so zehn jetzt. Drei, vier, fünf, dann jetzt die elf und dann nochmal zehn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber heute ist es ziemlich abwechslungsreich mit Naps. Ja, das stimmt. So, der ist halt fertig. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Natürlich, weil einer gegen die breite ist der und ich fahr gegen ihn. So, dann habe ich mich jetzt den anderen abgebremst. ja Schwankt erst so zwischen 30 und 30. Vier übertruppsen es dann auch nur 34. 29, 30. Das ist bei dir so. Ach ich Idiot, ich habe die Box drüber. Da muss ich aber eine Kippe mit drüber holen. Ist schon hier. Ja. Soll ich dir mal das Video verlegen, wo du das siehst, mit dem Bike-Stuff, äh mit dem Auto-Fußball-Spiel? Oh, so kann ich schon mal. Ja. Man sieht mal nicht so das ganze Spiel, in meiner Meinung, weil er da nur so ein paar Szenen reingeschnitten hat, aber... Ja. Ja. Allen! Oh, scheiße, ich muss das Zeug doch wegmachen. Ja, das ist, weil Pauli ihr Essen nicht weggemacht hat. Könnt's doch gleich machen. Ich zeig dir mal 50. Ach, das ist leer. Ja, das ist leer. Das ist leer. Ich kriege mal 50. Und da Pollente hat sie noch angerufen. Der Blab ist dann gerade drauf gesprungen und das Ding hat ihn dann weggeschleudert. So, unten ist er. Zwei Zuschauer. Drüben. Ein Zuschauer und weg. Er ist schon froh da. Das geht doch rein, na nein. Da hab ich auch noch keiner umgesprungen gesehen. Ach, Coero, der war doch schon da. Das ist das erste Mal, dass ich in diesem Werk zwei Leute runtergehe. Das war alles Notwendig. Die haben mich zuerst gegriffen. Das erste Mal war nicht unbedingt, weil er wollte mich ja, wenn du doch am Anfang oben warten musst, bis diese Plattform da kommt, hat er mich zurückgedrängt. So, und dann hab ich kurz aufgestellt und bin dann rüber gesprungen. Nur ich hatte das Glück, dass ich noch springen könnte. Eher nicht mehr. Vier. Na, ich geh direkt zurück. Ja, es geht los. Ich hasse das mit Greifeln, ey. Ich hasse das mit Greifeln, ey. Nein. Oh nein, das klappt. Es klappt mir die Zweipel, ey. Nein, da geht du wenigstens rein. Nein. Achtung. Ach du, da steht doch einer. Oh, bitte vollkommen. Oh yeah, da habe ich ihn drin gedonnert. Dauerbar. Und wer denn die den Wertenstellung hier? Schaffender. Oh, der hatte echt den Arschbett, der ist schon zwei Mal da. Mein Tor, er hat es gemacht. Wie krass. Ich habe nur gelaufen, bis er noch schießt. Und dann habe ich richtig Schwung gehabt. Ich hätte Weihnachtsmann hart gut gehalten. Patrick. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. So, ich geh mal angeln. So, ich geh mal an, ich geh mal an, ich geh mal an. So, ich geh mal an, ich geh mal an, ich geh mal an, ich geh mal an. So, ich geh mal an, ich geh mal an, ich geh mal an, ich geh mal an, ich geh mal an. So, ich geh mal an, ich geh mal an. So, ich geh mal an, ich geh mal an, ich geh mal an. So, ich geh mal an, ich geh mal an. So, ich geh mal an, ich geh mal an. Ja, komm doch, bleib stehen. Scheiße, die Kack hat mich erwischt. Oh mein Gott. Oh nein, der ist gegen mich geprallt, glaube ich. Ja. Vier von vier. Ja. Alter. Okay, was ist los? Ich habe mein Fahrzeug runtergeschmissen. Aber es war ja nicht meine Schuld. Ja, erst gegen mich gesprungen. Vier Spiele, vier Siege. Ja, okay, okay. Hmm.